Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo, auch wenn es vielleicht derweil schon ein ganz kleines bisschen nervt, weil stattdessen keine Let's Plays kommen. Aber ich sag nur so viel, ich bin dabei das Ganze zu fixen. Ich bin gerade dabei so ein bisschen rumzugucken mit, ja wie ich denn das Ganze spielen kann, damit ich es eben aufnehmen kann und so weiter. Das wird also in der nächsten Zeit damit weitergehen. Jetzt aber erst einmal ein anderes Thema. Ja, ich will nichts sagen, aber der Kanal Mario by Kings wurde leider ein ganz kleines bisschen gehackt, könnte man sagen. Wenn man dort drauf schaut, das könnt ihr dann gerne mal tun, wenn ihr dazu Lust habt, kann man erkennen, dass irgendwie unser Profilbild weg ist, der Kanal Hintergrund und sämtliche Videos abgesehen von zwei gelöscht wurden. Wir haben da eine gewisse Person im Auge, die ich jetzt hier aber nicht namentlich nennen möchte. Wir denken, dass sie es war. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es irgendjemand war, der das Passwort hatte, weil es ein paar Unstimmigkeiten zuletzt gab. So könnte man das jetzt also formulieren. Aber es geht also weiter und zwar auf diesem Kanal. Er heißt Mario Kart Generations. Wie man sehen kann, ist ja noch nicht so viel eingerichtet, also noch kein Kanal Hintergrund oder so oder eine Beschreibung. Das wird alles noch editiert, aber hier wird alles weitergehen. Auf diesem Kanal, ich habe ein paar Re-Uploads gemacht. Moment, dazu klicke ich mal auf Videos. Ich habe hier ein paar Re-Uploads gemacht von Sachen, die auf dem alten Kanal drauf waren. Das hatte ich eben noch so auf dem Rechner, wie zum Beispiel die International League News, wo man mal reinschauen kann, wenn man sich für dieses Turnier interessiert, aber auch ein paar Highlights bzw. Montagen gegen Apokalypse, Nightfall oder Koopa Clan. Das kann man sich durchaus ansehen, wenn ihr denn dazu Lust habt. Also hier wird es dann weitergehen anstatt auf Mario bei Kings. Wir haben uns dazu eben jetzt entschieden, da eben der alte Kanal doch sehr stark irgendwie beschädigt wurde durch eine Person. Und zudem gab es auch sehr viele Menschen, die irgendwie unsere Arbeit dort etwas falsch eingeschätzt haben, die irgendwie dachten, dass wir etwas ganz anderes damit erreichen wollen und dass wir irgendwie andere runterziehen wollen, was ja gar nicht der Sinn der Sache ist, sondern wir wollen hier einfach so ein paar lustige Videos, ein paar lustige Rennen oder Szenen zeigen. Es geht ja hier nicht darum, sich irgendwie besonders toll zu präsentieren oder so. Wir wollen halt einfach zeigen, dass man eben Spaß an dem Spiel haben kann und nicht alles so ernst nehmen muss. Ja, und das wurde vielleicht von allen Dingen falsch verstanden. Deswegen geht es also weiter auf Mario Kart Generations. Ich würde euch empfehlen, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr eben euch für Mario Kart Wii interessiert und da werden bestimmt ein paar lustige Sachen kommen. Alter 14. Land Österreich lässt darauf schließen, dass Max bzw. Yamaro LP diesen Kanal erstellt hat, der auch Mitglied unseres Clans ist und der hat diesen Kanal eben aufgemacht. Und jetzt wollen wir halt auf diesen umsteigen, alle zusammen. Und das wird eben das neue MBK werden. Deswegen schaut vorbei, wenn ihr Lust habt und mit Let's Plays wird es eben bald auch weitergehen. Ich hoffe, man sieht sich dann. Ich sage an dieser Stelle ciao, verabschiede mich und bis bald.